So, wir sind jetzt hier wieder und ein neues Format, vielleicht die erste Folge müsste es sein. Ähm, weiß nicht, Pyroforelles Raketenbeutel. Ähm, ja, hier dabei sind noch ein paar Abonnenten, die dazu gestoßen sind. Und, ähm, wir haben hier so einige schöne Sachen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit dem Kreinen, mit dem Kreinzeug. Und, äh, machen dann weiter, äh, mit den Raketen. Ja, wenn du willst, kannst du dir irgendwas raussuchen, außer Raketen. Alle Raketen? Ich habe gerade einen... Das haben wir überhaupt einen Vogel gezogen. Das ist irgendwie nicht. Das ist ja gut gelaufen. Nimm mal mit, Digga. Nimm mal die Struggle mit den Dingern, ne? Ja, geht schon. Hast du bald mein System? Ja. Alright. Ja, lass uns einfach hier zurück und von vorne. Meine Raketenbeutel, Digga. Bist du rei? Das Kopf nicht über die Dingshaltung. Ja. Genau. Genau. Immer die Sicherheitsbedingungen. Digga, machen. Machen Bringer. Hä? Für nix. Noch mal Flamme kleine. Wie machst du das? Du meinst einen Finger? Ja, Digga. Gleich Wasser in der Dings. Dein Penis hält sich nicht. Mein Penis wollte ich? Ja. Deine Mut hat einen Penis. Oh nein, der muss hart ein Penis. Oh nein, der muss hart ein Penis. Ja, so. Ja, dann nimm so n'n Dummermusschen. Ja, schau. Pass auf, wegen Regen nicht. Den ist wieder in den Regen. Die gehen, Leute. Die gehen gut. Die gehen gut. Die gehen gleich weiter. Bleib gleichzeitig. Will ich auch was drücken? Gut. Seit hinten, Digga. Bist du nichts? Gleich geht einfach. Ich will nicht tun, oder? Was? Ich bin Nutzer. So, hast du Vorig? Ich hab ihn. Ich hab ihn vorig. Ich hab ihn vorig. Ich hab hier beide Zimmer, oder? Sag ihn. Ja,ig. Mach nix. Mach nix! Du werden sehen. Das ist dunkl. Was ist denn hier gerade? Aber jetzt hier, bei dem Messer. Ja, aber jetzt auch schon so nass. So, ich muss das. So, wo musst du auf, ja? Hast du Bock drauf? Da ist es noch nichts, oder? Stimmt, da muss es nur... Okay, los! Hier, das ist mein Fuse, ja? Das ist richtig? Ja, ich bin einfach aufmerksam. Und am besten den Feuerzeug ein bisschen weiter weg halten, weil sie so groß ist. Okay, ich mach hin. Egal, durch das hier geht ich. Zum Beispiel. Das ist so warm, Digga. Die Menschen, die wester ist gewarnt. Ah, perfekt, Digga. Das ist alles gut. Gib mal kurz. Ich muss rippen. Das war's gut. Okay, fine. Das war's gut. No, wir haben jetzt mal. Ich freue mich. Wir haben jetzt. Oh, ich habe das geschrieben. Oh, ich habe das gemacht. Ja, das ist so sehr. Ja, das ist so sehr, sehr. Der ist nicht schwach. Okay, das schon mal vorbereiten, das nächste. Der sich da ausblinkt. Okay, das jetzt machen Raketen. Dann stecken sie diesen Stab in Erde. Wenn wir mit dem Beutel wegzunehmen. Guck mal, unser Batterienbremse. Ah, was ist diese? Sehr gut. Okay, machen wir jetzt. Mit der Spitzenseite. Beide offen. Am besten in Richtung. So, ja. Kann er noch ein bisschen Steckereitsstücken? Okay. Der Schabappen immer noch. Jetzt hat er zuerst. Unsere Batzen brennen da hinten. Ja. Das ist gut. Das haben wir hier die Chance. Die Silberrakete. Blinkerweide. Blinkerweide. Biolett. Ein bisschen lang. Aha, ist in Richtung. Der Schabappen immer noch nicht. Ich losse. Wollt ihr jetzt? Wenn ihr euch das ist? Das ist ein Schumann. Der Schaumann ist heute um. Das ist einfach zu machen. Der Schabappen und der Schabappen. Typisches Problem. Wunderschön. Ob die DFP3 bestellt oder gekauft drüben? Ultrastor. Ultrastor? Ja, ja. Oh, der abgebrecht. Nein, diese... Cool. Ah, der war Fiesma. Blaster, Kriter. Cool load? Ja, das ist gut. Diese kleine Scheiße, Digga. Wieder so eine kleine Scheiße? Wieder den Blas einfach reinstecken. Man kann auch Zeit in Wänden gegen Luftblings. Jetzt kommt der Kleinscheiß aus, ja? Digga. Der Batzen wäre ja immer mehr länger. Guck mal ran. Jetzt Funke. Gilla-Rakete. 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 Mach ein Stück ein. Gold-Cracker. Mieten. guck mal, das ist immer laut, alter. Der Blas hier im Start. Meine Finger tun so weh. Den anzünden? Nee, wegen Kamera. Weiter geht's. Haben wir noch so einen TB5 noch mal? Habt ihr die oder? Habt ihr die TB5? Was? Habt ihr die mit dem blauen Vorbrenner? Blauen hier. Und weiter? Verlasst. Scheinbar nicht. Na ja. Du musst mit Freunden fragen. Ich weiß nicht. Ich hab noch mal gesagt. Das ist eine gute Sache. Das ist ein buch. Guck mal, ob der Rakete hier drinnen ist. Die Triller ist wieder am Start. Sie sind der selben Effekt? Ja. Jo, werfen Sie dich zu uns. Und, ja? Wie spürt ihr jetzt? Was war's? Nur noch ein paar Mal zurück. Fugelschrug. Wo ist das hier oben? Ja, ich mach' den Fugelschrug. So noch oben. Das ist oben. Hm. Ein kleiner Bonus. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like, ein Abo da. Und einen Kommentar. Und wir sind jetzt wie du hier. Halt da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und jetzt. Tja, ich Harge. Vielen Dank.